Hallo, herzlich willkommen zu Real Power Folks, der schlechtesten Reality-Show auf der Welt. Und heute zeige ich euch meine DVD-Sammlung. Ich habe verschiedene DVDs, aber ich habe vier Favoriten. Die Kategorie wie Asylum Filmen, dann noch Retro-Serien aus den 80er und 90er, dann natürlich Dinge von Nickelodeon und nicht zu guter Letzt die schlechtesten Filme, die es auf der Welt gibt. Häufig, wenn ich einen Film finde, gehe ich auf IMDb. Ich gebe dann gewisse Schauspieler oder gewisse Regisseure oder Produzenten ein und dann gucke ich, ob es den Film auch in Deutschland gibt. Aber nicht nur IMDb hilft mir. Ich gehe auch ab und zu in Supermärkte und da finde ich dann zufälligerweise DVDs, die gut zu mir passen. Meine Hauptaltersgruppe habe ich nicht. Ich habe FSK 0 bis FSK 18, wie ihr sehen könnt. So, das war es dann wieder mit Real Power Folks und vergesst nicht, wir sind die schlechtesten.